Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Bestmord pläst sich die Rübe weg, damit sollte das Spiel eigentlich aufhören Detective Lampkin, ich hoffe, dass Sie uns helfen können, zu verstehen, warum Sie sich getötet haben Falls das tatsächlich der Fall war Also eine Nachbarin sagt, sie hätte Zwillingsjungs etwa in ihrem Alter auf der Party gesehen Mit laufender Kamera Aber irgendjemand hat ihm was erzählt Wir finden raus, wer? Morgen, Katie 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 Leg die Glasscherbe weg Nein, nein, nein War clever, uns getrennt zu vernehmen Glück gehabt Wie sind Sie hier rein gekommen? Sie sagten, Sie hätten immer ein offenes Ohr Ich versuche nur, diese Tragödie zu verstehen Dann gehen Sie zu einem der Trauerbegleiter Vielleicht sollten Sie das tun Ich fühle keine Trauer Ich habe 15 Zeugen, die sagen, die Jungs hätten Sie nie angerührt Die können sich in die Köpfe anderer einklinken Ich habe es erlebt Sie glauben wohl, wir hätten magische Kräfte Jona und ich arbeiten an einem kleinen Projekt Was für ein Projekt? Ein Film Willst du mitspielen?